Sie sind hier, 9. August 2018, 0 Uhr 24, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Thibaut Courtois wechselt für geschätzte 35 Millionen zu Real Madrid Urheberrecht, Getty Images, Real Madrid holt Belgiens Nationalkeeper und gibt dafür einen Wiese-Weltmeister ab. Chelsea findet bereits einen Ersatz und gibt dafür eine Rekordsumme aus. Jetzt ist es amtlich Chelsea-Keeper Thibaut Courtois wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid, den entgegengesetzten Weg schlägt Matteo Kovacic ein. Der Mittelfeldspieler verlässt die Königlichen in Richtung London. Das gaben beide Vereine bekannt. Der belgische Nationaltorwart Courtois unterschreibt einen Sechsjahresvertrag in Madrid und wird am Donnerstag vorgestellt. Teil der Vereinbarung ist, dass der kroatische Wiese-Weltmeister Kovacic ein Jahr lang an die Blues ausgeliehen wird. Nachfolger von Courtois, der für kolportierte 35 Millionen Euro zu Real wechselt, wird der bisherige Torwart von Athletic Bilbao, Kepa Arithabalaga. Am Mittwochabend bestätigte Chelsea den Rekordtransfer über 80 Millionen Euro.